Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Miko Maniac. Heute spielen wir eine Runde Battle Royale. Ich spiele noch so am Abend, weil ich muss noch zehn Level machen. Dann kriege ich die FNCS-Picke, weil ich da genug V-Works aus dem Battle Pass habe. Also das nehme ich mal auf. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier zehn Level schaffen werde in diesen paar Runden. Aber einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Hier ist direkt ein Auto, aber das kriege ich nicht mehr. Da wird schon auf mich geballert. Von wo denn? Von da oben? Der Metalldingen da. Ich weiß es nicht ganz. Doch, Steps, Steps. Ja, easy, easy, easy. Spray wie sonst nichts. Dann rotieren wir mal weiter. Ich würde sagen, wir fahren mal Rested Reals. Oder doch lieber zu den Schüssen. Hier sind nämlich welche. Hier in Sandy Steps. Das sind glaube ich Bots, so wie die schießen hier, Alter. Oder? Oder? Ja. Och Mann. Der hat gesteilt, Alter. Oh, das ist auf jeden Fall ein Spieler. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Komm, komm. 40. Na ja, und jetzt zieht er sich zurück. Erst große Fresse und dann zieht er sich zurück. Ne? Man kennt's. Sollen wir mal das Meer ja auch pushen gehen? Also, ist direkt vor mir. Könnte man eigentlich machen, ne? Da ist er. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt freu ich mich fest. Bin ich doof? Bin ich eigentlich doof? Und jetzt mischt sich da auch noch einer ein. Ich könnte kotzen. Aua. Das tat weh. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt von der Seite gesprayt werde. Oder von oben. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Das war's. Komm, lass mich bitte. Bitte. Lass mich bitte einfach. Lass mich bitte. Und jetzt sprayt er rein, ne? Ja, Mann. Wirklich. Okay. Nächste Runde. Da sind wir in der nächsten Runde. Die andere lief ja nicht so ganz gut. Einen Level habe ich leider auch noch nicht gemacht. Und ich brauche halt zehn. Und das ist schon irgendwie neun oder so. Und ich, also... Das ist echt blöd. Ja, jetzt komm. Level up. Okay, gut, 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 gut. Einen Level habe ich schon gemacht. Immerhin. Ich land mal reckless. Ja. Naja. Ist eigentlich gut. Oder? Naja. Ich gebe der Klass. Okay, ich bin gelandet. Hier ist auch direkt was los. Direkt alles mitnehmen. Okay. 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 Geil. Und der Pump. kommt. Okay. Und jetzt geh ich den Typen rutschen. Okay. Gar nichts konnte der. Gar nichts. Hier ist direkt wieder ein Gegner. Hier. Ja, genau. Jetzt bin ich an der Reihe. Was? Wie kommt der? Wie kommt der? Komm schauen. Wirklich. Neue Runde. Neues Glück. Dann mal let's go. Rein hier. Direkt die Waffen holen. So. Dann noch einmal Minis. Vielleicht haben wir mal Schutzbunker. Und dann direkt reingehen. Mit Verhalten. Habe jetzt leider keine Metz, ne? Muss ich halt ohne auskommen. Okay. Sieben Gebäude. Sollten für den ersten Kiel reichen. Ja. Und da sind noch Steps. Hier drin, ne? 80. Okay. Let's go. Den Biggel trinke ich mir direkt rein. Da oben auf der Brücke ist jemand. Ich fahre mal hoch und versuche die vielleicht mal runter zu kicken. Mit dem Auto. Also. Über die zu fahren. Und dann fliegen sie runter. Hier. Und. Ach man. Das war aber gut gefällt von ihm. Boah und ich hab auch nicht mehr so viele Bills. Ich will ja gleiche scannen. Der regt mich so auf. Jetzt hab ich ihn. Der hatte nicht mehr Biggys dabei. Enttäuschend. Okay. Aber egal. Kann ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Direkt der nächste und das ist ein Bot. Aber egal. Hallo. Komm. Haha. Biggie pfeife ich mir rein. Und da wird direkt wieder geballert. Hier sind sogar zwei und das ist sogar sehr in der Nähe. Ja. Mein Gott. Okay. Ähm. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Wobei. Ne. Brauche ich eigentlich nicht. Was hatte er dabei? Uh. Ja komm. Dann nehme ich das mit. Super. Da waren direkt Steps. Eigentlich wollte ich zum Bunker grad fahren. Aber da kam mir noch so ein Bot entgegen und den würde ich natürlich gerne mitnehmen. Einfach für den Kill. Und zum Glück geben die auch immer Biggies. Das heißt. Ich bin dann wieder in Sinful. Okay. Da fahre ich jetzt aber weiter zum Bunker. Wir sind da. Wir müssen es aber schnell machen, weil 13 Sekunden geht die Zone los. Okay. Brauchen wir nicht. Aufmachen. Brauchen wir auch nichts von. Brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Metal Walls. Hätte ich noch hier. Ne. Okay. Ja. Gut. War jetzt nicht so erfolgreich. Aber. Ja gut. Mehr Waffen brauchen wir halt eigentlich auch nicht. Also. Wir sind schon gut für den Fight eigentlich. Hier sind Steps und hier ist der nächste. Ist kein Bot oder? Ich weiß es nicht. Ja doch. Sieht mir sehr danach aus. Okay. Dann gehen wir mal so weiter zu. Hier so in die Mitte. Hier wird direkt geballert. Ich wollte eigentlich gerade mein Auto tanken. Aber okay. Ich denke der sieht mich nicht. Also ich sehe nicht. Also wenn das ein Spieler war. Also. Dann weiß ich auch nicht. Okay. Dann ist auch noch einer gewesen. Jedenfalls. Der kennt doch jetzt die Safe im Busch. Ne. Muss nicht hin. Der war hier gerade noch. Der war doch hier. Oder ist ja unter der Brücke. Hä? Okay. Oh. Ich habe keine Ahnung. Der ist irgendwo. Irgendwo hin. Naja. Hier ist der. Okay. Da haben wir ihn auch noch. Dann gehen wir mal auf die Insel. Das Ding ist halt. Hier kommt glaube ich auch. Äh. Äh. Oh. Wird angenommen. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay. Haben wir ihn. Habe ich gar nicht bemerkt. Lecker. Mh. Und gerne den Biggie auch noch. Okay. Das Milan ist weg. Wo ist denn das? Okay. Dann nehme ich glaube ich direkt mal ein. Metal Walls hole ich mir noch. So. Und dann neu einnehmen. Wobei Leute. Ich glaube das macht gar keinen Sinn einzunehmen. Ich kann ja hier auch ein bisschen abstauben glaube ich. Bei den Bots hier. Crack. Da ist auch noch einer. Boah. Gäbe es jetzt einen Sniper. Das wäre so schön ne. Der fliegt mit einem Jetpack. Ist nicht so einfach den zu treffen. Über den hier vielleicht. Hab ihn. Let's go. Let's go. Da sind auch noch welche. Elf kills bis jetzt. Guck. Ach man. Ja man das sind alle Spots. Aber die treffe ich halt schlecht. Sind aber auch so viele. Au. Äh. Was. Wie hätte er das denn jetzt geschafft. Mir 70 mal eben so abgezogen. Äh. Hier oben war doch der Loot ne. Hier. Dann hiel ich mich mal eben kurz voll. Waren die keine Minis? Anscheinend nicht. Egal. Sind eh zwei Biggis. Ähm. Da unten ist irgendwo der Majortyp. Da. In dem Rocket League Car wahrscheinlich. Ähm. Aber. Ich glaube der ist ein bisschen zu stark. Wenn ich jetzt gegen den kämpfe. Ne. Der Umfeld auch noch ne. Klasse. Deswegen. Mach ich erstmal den chilligen. Kill vielleicht noch ein paar Bots. Ich hab grad elf Kills. Wau. Fünf Leute nur noch. Ich glaub ich lass jetzt durchlaufen. Keine Katz mehr. Der Medalliontyp der ist da hinten ne. Bei der Tanke. Okay. Ich müsste auf jeden Fall in die Saar. Ah. Selbst. Hier unten. Okay. Das ist sowas von Bot. Also wie der schießt. Wenn das kein Bot ist. Komm das mein Kill. So. Zwölf Kills. Vier Leute. Äh. Ein Medallion. Oder ne das sind zwei. Da ist er. Genau. Auto fährt ist mir ein bisschen blöd. Ich glaub ich sollte mir die G-Klasse da mitnehmen. Boah da kämmt jetzt bestimmt jemand drin. Oder? Ja. Sag ich doch. Sag ich doch. Ich hab's doch geahnt. So. Runter mit dir. Der kann gerne nen Tessel auch haben. Aber da bleib ich auf jeden Fall nicht dran. Vier Leute. Autos sind wohl immer noch sehr beliebt hier. Die fahren alle mit Autos rum. Okay. Vielleicht ans Nitro-Portal. Das ist leider nicht in Zone. Aber wenn da in die Zone kommt, dann kann ich da vielleicht reingehen. Da ist einer. Oh. Der ist low. Komm den hole ich mir noch. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. 13 Kills. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. 13 Kills. Okay. Hier wieder oben rein. Da hinten ist jemand. Da drin. Das Video wird übrigens ein bisschen länger gehen. Also vermute ich jetzt mal. Für meinen ganzen Runden. Ich bin da immer noch Level 81. Das ist echt scheiße. Ich hab drei Mad Kids. Das ist wiederum gut. Der eine ist da in dem Haus drin. Aber ich weiß nicht wo der andere ist. Oh, die Sohn. So, zu weit würde ich jetzt auch nicht rein. Boah, dieser Medaillon-Typ, ne? Der hat ja wirklich die... Das... Den Lack seines Lebens. Der ist genau... Da drin. Wo es auch zur nächsten Zone geht. Ach, der nervt mich ein bisschen. Muss ich sagen. Der nervt mich sehr. Ja. Boah, hätte ich jetzt irgendwie Raketen oder so. Ich würde die da so rauf feuern. Ich würde den da irgendwie weglocken oder Schaden machen. Keine Ahnung. Aber ich kann nicht. Wenn ich da reingehe, dann ist es mein Todesurteil. Dann werde ich sterben. Ja, okay. Einen Cut muss ich jetzt aber. Weil, ne. Ich mach keine Cuts. Da geht's länger. Da habt ihr halt Pech gehabt. Ein Warnschuss. Das ist jetzt mies scheiße. Wie fällt einem Tesla? Ich höre den Sound. Der andere ist immer noch da drin, ne? Ach, kacke. Wenn die Sonne kommt, der muss sich langsam bewegen. Und ich auch. Ein bisschen Low-Brown spielen. Jetzt wieder ein bisschen hoch. Und natürlich werde ich markiert. Warte, wo ist der andere? Da. Wenn der Medaillon-Tip pushen geht, dann gehe ich auch. Ja. Okay. Und jetzt? Let's go, Leute! Da ist der Win. Da ist der Win. Endlich! Mann! Hab lange keinen mehr geholt. Boah! Der war ja wirklich richtig low. Okay. Gut gespielt, GG. Allein dieser Cut hier waren jetzt 6 Minuten. Ähm. Ich spiele jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen auf weiter. Auf KM. Okay. Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Kanal. Und Aktivitee Glocke. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Euer Miko Manik. Ciao, ciao! Ciao, ciao!